Hallo Angelfreunde, ich nehme Sie heute mit, um die Stadt Lübeck zu entdecken. Ich möchte ein Streetfishing an der Trave machen. Ziel ist es, die Stadt und ihre Umgebung zu besuchen, neue Orte zu entdecken und Fisch zu fangen. Ich habe meine leichte Rüte mitbringen, also fast 2 Meter, 3 bis 12 Gramm und ich möchte auf Barsch und Zander zahlen. Barsch und Zander 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 Barsch Untertitelung des ZDF, 2020 Fische sind heute nicht sehr aktiv, also es ist besser mit kleiner Gummi und langsamen Puppen. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Zander 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 Zander